Guten Tag Leute. Nein, das ist nicht das 1000 Abonnenten Special. Ich habe ja gesagt, das war auch noch ein bisschen und jetzt kommen schon wieder schlechte Nachrichten. Und zwar, ähm, schleck mich. Was hat sie gesagt? Ja, äh, sie befindet sich hier und wisst ihr was? Ich werde, ich werde euch nicht ihr Gesicht zeigen. So fies bin ich jetzt mal. Das wäre der erste 1000 Abonnenten Special. Ah, ich bin da drin. Den kennen sie ja, den, ne? Der, der überhaupt nicht ist. Und, äh, ja, meine schlechte Nachricht ist, unsere Videokamera geht nicht. Also, die Webcam-Kamera funktioniert sicher nicht. Äh, das Problem ist aber, dass wir die meisten Sachen, die wir aufnehmen wollen, da würden wir auch... Er hat sich drauf gezählt. Ja, die geht halt, ist kaputt. Und, äh, die meisten Sachen, die wir aufnehmen wollen, die meisten Sachen, die wir aufnehmen wollen, da können wir halt nicht machen, weil, äh, weil... Die Kamera ist kaputt und das Ding geht auch nicht hier. Und die, die, die Lachen hören, das ist die Alina. Und, äh, ja. Und, äh, die zeigen, wie wir zacken sind. Oder, oder? Zeigst du? 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 Nein! Full-HD-Kamera und, äh, dann sieht das wahrscheinlich auch viel besser aus. Versuchst du mir zu leihen und, äh, dass wir... Also, ja gut. Ich befürchte... Dass du dumm bist! ...dass wir es nicht schaffen, eine Kamera aufzuschreiben, während sie hier ist. Du glaubst ja nicht im Ernst... Du glaubst ja nicht im Ernst, dass dein Hackbrot dir dann... Deine teure tausende Kamera aufzuschreiben. Ja. Du doch nicht. Der hat gesagt, er müsste mir leihen nicht so brauchen. Ja, 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 ja. Ja, wenn er dabei ist im Lachen. Man muss ja dabei sein, und dann muss er wieder die Kamera aufzuschreiben... Ja, am besten sitzt er noch der... Okay, warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Nein. Oder auch nicht. Äh... Ich könnte, ich könnte hier... Äh, ich könnte euch entscheiden lassen... Genau, ich könnte euch entscheiden lassen, was uns tausend Abonnenten sprechen soll. Soll es, soll es irgendwelche Szenen sein auf Videos, die wir bereits hochgeladen haben, und so ne Art Best-of Walkthroughs oder so. Äh, wo man die besten Ausraster und lustigsten Szenen zeigt. Oder... Habt ihr vielleicht auch andere Ideen? Soll ich mit Thomas weiß nicht was machen? Irgendwelche hübschränke Aktionen in der Stadt oder... Keine Ahnung, also wenn es nicht zu feinig wird, würden wir das mal machen. Also, wir sind für Vorschläge auf jeden Fall offen. Schreibt die Vorschläge in die Comments. Äh, hilft uns das 1000 Abonnenten Special zu vervollständigen. Oder... Tausend, tausend... Momentan sind es ja schon 1200 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Äh... Und ich werde mit dem Kaugumspakum abgeworfen und deswegen muss ich auch einen Leiterschluss machen, weil wir nämlich jetzt... Weil wir nämlich jetzt Bohnen fahren. Äh... Und dann werde ich die beiden erst mal zerstören, denn ich bin der Tempelwasser. Du hast Humor. Das kriegst du alles vergraben wir. Ja, mach mal. Äh, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es tut mir leid, widersteckende Nachrichten äh... Äh... Gab's haben, aber... Naja... Vielleicht... Vielleicht... Wenn... Dann... Hauen sie rein und... Äh... Hau... 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 Hau...